servus leute herzlich willkommen zu den preking elektro news der einzig wirklich seriösen informationsquelle rund um das thema e-mobilität im internet inklusive youtube und heute mit folgenden themen elektroautofahrer auf den barrikaden elektroautozulassung im mai fortbaut elektroautos in köln porsche klonen für kleines geld der community corner und der schnitzer der woche die nachrichten auf die erste meldung von e-fahrer.chip.de haben mich zahlreiche zuschauer hingewiesen dort titelt man e-autofahrer auf den barrikaden unterschriftenaktion gegen ladepreis chaos weiter heißt es mit der petition stoppen sie den preisbuch an öffentlicher ladeinfrastruktur für elektroautos will der youtuber michael schmidt die politik auf die unfaire situation an den lade sollen aufmerksam machen und diese petition ist gemeint die wurde von uns initiiert deshalb ist auch mein gesicht da zu sehen es geht wie gesagt um den kampf gegen den ladetarif ladekarten dschungel an öffentlicher ladeinfrastruktur aktuell haben wir rund 18.300 stimmen zusammen wir brauchen aber 50.000 da ist also noch ein gutes stück zu gehen und wenn ihr auch der meinung seid dass da moment einiges schief läuft würde ich mich freuen wenn ihr die petition link unten in der video beschreibung unterschreibt und auch entsprechend teilt vielen dank dafür ja und die nächste meldung von elektrif.net ist leider alles andere als positiv denn die elektroauto zulassungen in deutschland erholen sich immer noch nicht die sind deutlich unter dem niveau was ich mir erhofft was ich erwartet habe elektrif.net titelt 29.708 neue e-autos im mai die elektroauto neuzulassungen in deutschland waren auf monatsicht konstant im mai wurden 40 e-autos mehr zugelassen als im april das ist also gar nichts den vierten monat in folge hat das kwa nun knapp 30.000 e-autos registriert neue e-autos auf den straßen wohlgemerkt die nachfrage hat sich laut elektrif.net grob um die marge von 30.000 neuwagen im monat eingependelt der mai fügt sich nahtlos in die reihe der resultate von februar märz und april ein ihr seht hier die zahlen 27.000 31.000 29.000 wenn man sich das ganze schön reden will kann man laut elektrif.net das ungefähr so formulieren da die e-auto neuzulassungen mit einem mini plus von 40 fahrzeugen aufwarten können der gesamtmarkt aber mai um 4,3 prozent rückläufig war liegt der aktuelle e-auto anteil mit 12,8 prozent über dem ergebnis aus dem april da lagen wir bei 12,2 prozent aber ich war ehrlich gesagt der meinung dass wir zum jetzigen zeitpunkt auf jeden fall über 20 prozent marktanteil liegen würden also für mich eine einzige enttäuschung ja weiß nicht was ich sagen soll und wenn man das ganze dann auch mit dem vorjahres monat vergleicht dann sieht man die ganze messe die seinerzeit knapp 43.000 e-auto neu zulassungen im mai 2023 bedeuteten einen zuwachs von 46,6 prozent zum mai 2022 in diesem mai haben wir einen rückgang von über 30 prozent im vergleich zum vorjahres monat elektrif.net macht dann auch immer noch sehr aussagekräftige balkengrafiken dazu hier sehen wir den rekord monat mit 104.000 zulassungen im dezember 2022 da wurde dann zum januar die umweltprämie gekürzt da war dann ein entsprechendes nachfrage plus dann gab es natürlich einen kleinen einbruch das waren vorzugseffekte dann haben wir noch mal ein hoch im dezember 2023 da wurde ja dann überraschend die umweltprämie von heute auf morgen von der bundesregierung weggeaxt und von diesem schock hat sich der markt bis jetzt nicht erholt und jetzt muss man sehr gespannt sein ob das jahr 2024 noch die kehrtwende schafft in sachen elektromobilität oder ob dieser wegfall der umweltprämie tatsächlich auf längere sicht zum einbruch des elektroautomarkts führt hier dann auch noch mal eine grafik auf zwölf monatsbasis das sieht man auch noch mal sehr schön im august haben gewerbliche käufer noch die umweltprämie bekommen im september war das dann weg da gab es also auch vorzugseffekte also es ist echt ein trauerspiel was besonders erschreckend ist und auch eine folge der politik und der negativen berichterstattung zur elektromobilität die plug-in hybriden konnten sogar um 1,7 prozent auf 14.000 fahrzeuge zulegen was einen marktanteil von knapp sechs prozent bedeutet unfassbar eine weitere fahrzeugsparte die von diesem zulassungsminus nicht betroffen ist das sind die wasserstoff pkw die liegen weiterhin bei 0,0 prozent marktanteil also da ist eine konstante entwicklung da liegt der herr aiwanger mit seiner wasserstofftheorie vielleicht doch gar nicht so verkehrt wink wink ich gebe ehrlich zu das ist ein schlag ins kontor das macht mich schon ein bisschen traurig wenn jetzt sogar ein bisschen depressiv was das thema elektromobilität angeht schreibt ihr doch noch mal unter das video was ihr glaubt können wir das jahr 2024 schon abschreiben oder sehen wir jetzt auch im rahmen der em wo ja byd in hauptsponsor ist vielleicht eine kehrtwende hin zum elektroauto daumen drücken aber ich muss ehrlich zugeben viel hoffnung habe ich für 2024 nicht mehr um aber die stimmung ein bisschen aufzuhellen machen wir mit einer positiven meldung von ford weiter elektroauto news punkt net titelt ford köln startet produktion von elektroautos ford hat gestern in seinem colon electric vehicle center genannten e-auto werk die serienfertigung des vollelektrischen ford explorer aufgenommen muss aber dazu sagen es ist eigentlich ein vw id4 der da unter dem ford gleit steckt ford kooperiert mit vw und kauft hier die meb plattform zu in das erste vollständig auf die produktion von e-autos ausgerichtete fortweg in europa hat der hersteller zwei milliarden us dollar investiert und den traditionsreichen kölner produktionsstandort so in eine fabrik der zukunft umgebaut und das sind noch gute nachrichten dass fort dem standort deutschland die treue hält neben dem ford explorer ist geplant noch in diesem jahr die produktion eines neuen sportlichen crossovers als zweites elektromodellen aus köln zu starten eventuell so eine art kleinerer ford mustang mach ich bin sehr gespannt ist aber davon auszugehen dass hier auch die meb plattform von vw die grundlage bildet elektroauto news punkt net schreibt dann noch zum explorer dass es sich dabei um das erste vollelektrische großserien auto oder modell von ford handelt das in europa für europa entwickelt wurde es vereine sofort deutsche ingenieurskunst mit amerikanischen design elementen und überzeugenden technischen eigenschaften aber es ist doch von volkswagen der größte teil zu gekauft also das ist wieder mal eine formulierung die verstehe ich nicht die lithium ionen batterie ermöglicht reichweiten von mehr als 600 kilometer in zwischen zwei ladestopps dass wir jetzt mit dem ersten elektrischen explorer den auftrag zur serienfertigung erleben markiert den beginn einer neuen ära für ford in europa das sehe ich ganz genau so habe ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger formuliert deutsche ingenieurskunst mit amerikanischen design elementen gut wenn man hier geschrieben hätte vw ingenieurskunst hätte ich vielleicht noch verstanden aber korrigiert mich falls ich hier was falsch verstehe für es ein bisschen dick aufgetragen laut internetseite von ford beginnt der spaß aktuell bei 48.510 euro das fahrzeug kommt mit dem neuen ap 550 motor von vw daher wenn der genauso abgestimmt ist wie beim vw id 7 dann wird das sicherlich ein sehr spaßiges auto der ford explorer im innenraum unterscheidet er sich auf jeden fall erheblich von den vw modellen das muss man ganz klar sagen da hat ford ein eigenes design tatsächlich unterbringen können auch von außen hat vor dem explorer eine eigene optik verpassen können ich sehe da keine ähnlichkeiten zum id 4 höchstens in der seitenansicht ein bisschen ansonsten hat man das schon schön kaschiert das unter dem blech vw technik steckt also auf jeden fall ein auto was man in erwägung ziehen sollte man muss aber auch ganz klar sagen dass der ford explorer natürlich mit dem vw id 4 konkurriert und den gibt es aktuell mit der aktion die vw wohl befristet nur anbietet wobei ich mir denken könnte sobald wir die nicht gestrichen weil die nahfrage halt nicht so hoch ist den gibt es aktuell ab 45.065 euro da haben wir also einen aufpreis von rund dreieinhalb tausend euro da kann man also noch ein bisschen ausstattung in den id 4 mit reinpacken der ford explorer wird aber vermutlich ausstattungsbereinigt ein bisschen günstiger sein also mehr auswahl kann man ja nur begrüßen bisschen mehr individualität wem die optik vom ford explorer besser gefällt der hat jetzt die auswahl möglichkeiten und dass der ford explorer in köln gebaut wird kann man auch nur begrüßen und deshalb beide daumen hoch für ford beim preis würde ich für die zukunft vielleicht ein bisschen nachkorrigieren denn ich glaube 48.500 euro sind in der aktuellen marktsituation zu viel für den ford explorer was den preis des great wall motor ora 07 in deutschland betrifft da bin ich mir nicht ganz sicher ob das nur angemessen eingepreist ist oder zu teuer ist auf jeden fall nennt elektrif.net einen preis von 41.990 euro für den jetzt bestellbaren ora 07 und hier haben wir dann auch mal zwei ora 07 und was das design angeht ich bin mir da irgendwie nicht ganz sicher teilweise meine ich da porsche zu sehen von hinten sieht das ganze aus wie ja ich weiß ist das jaguar oder mercedes oder so wir gucken uns das gleich an ich bin auf jeden fall total verwirrt was das design angeht es ist für mich insgesamt irgendwie nicht stimmig aber es nur mein bauchgefühl und letzten endes natürlich geschmackssache was die technischen daten angeht schreibt elektrif.net dass das auto 4,87 m lang ist zu den platzverhältnissen im kofferraum oder den weiteren abmessungen außen äußert sich great wall in der mitteilung noch nicht stellt dafür aber die beiden antriebsvarianten genauer vor in der basis gibt es einen 150 kw starken frontantrieb das ist schon mal keine gute idee klar beim hyundai krona elektro habe ich das noch gefeiert weil das ein wilder geselle war ob das dann zu so einem auto passt ich weiß es nicht für elektroautos in meinen augen entweder heckantrieb oder allrad frontantrieb ist dann ab einer bestimmten leistung nur ein kompromiss dieser wird auf jeden fall von einer 67 kilowattstunden batterie befeuert das die brutto kapazität das drehmoment wird mit 340 newtonmeter angegeben die reichweite soll bei 440 kilometer nach wltp liegen das liest sich alles so ein bisschen wie der hyundai krona elektro die spitzen ladeleistung wird in der mitteilung nicht genannt ein ladevorgang auf 80 prozent soll hier 36 minuten dauern also was die ladeleistung angeht denke ich nicht dass das eine wucht wird der ora 07 elektrofunknet mutmaßt dann auch dass die durchschnittliche ladeleistung bei 75 kw liegen wird muss man auch mal abwarten aber das tatsächlich schafft die top variante der ora 07 gt wird über allrad verfügen und 300 kw leistung 680 newtonmeter drehmoment das natürlich ein anderer schnack auch die batteriekapazität wird mit 86 kilowattstunden angegeben was ja auch deutlich standesgemäßer für so ein großes auto ist und da haben einen einstiegspreis von 53.490 euro für eine unbekannte marke für ein unbekanntes auto auf jeden fall mutig in meinen augen was die fahrleistung angeht muss ich der gt auf jeden fall nicht verstecken 4,5 sekunden von 0 auf 100 das halte ich für angemessen für so ein auto wltp reichweite 520 kilometer muss mit einem ionic 6 vergleich der ist dann doch deutlich effizienter aber gut es gibt auch bei den deutschen premium hersteller autos die nicht besonders effizient sind die ladedauer wird damit 43 minuten angegeben und da mutmaßt elektrofunknet ebenfalls ein schnitt von 75 kw klar ein ganzes stück besser als bei meinem hyundai kona elektro aus dem jahr 2018 aber wir sind jetzt im jahr 2024 und da sind wir ganz andere ladeleistungen schon gewohnt wir werfen auch noch mal ganz kurzen blick in den innenraum ja und da kann man auf den ersten blick jetzt erstmal nicht sagen wenn die anmutung der materialien gut ist und das ganze gut verarbeitet ist gibt es das sicherlich nicht zu meckern man versucht aber hier glaube ich auch höherwertigere fahrzeuge im design so ein bisschen ja ich will nicht sagen nachzumachen aber sich davon inspirieren zu lassen ihr seht das hier wir hatten auch schon mal in einem livestream über diese elemente hier über diese regler gesprochen ich meine es wäre es in mercedes slr oder irgend so was für mich auf jeden fall ein mix von verschiedenen design elementen von verschiedenen herstellern vielleicht liege ich daneben ich kann nicht alles so richtig zuordnen so ein bisschen ein störgefühl habe ich dabei aber wenn es gut verarbeitet ist nur wenn die qualität passt warum nicht was man im zusammenhang mit grandwall motor auch noch wissen sollte wirtschaftswoche de schreibt der chinesische automobilhersteller greatwall motor will im august seine europazentrale in münchen schließen und etwa 100 mitarbeiter entlassen der markt für eautos in europa sei schwieriger geworden erklärte der hersteller auf seiner webseite darum werde die strategie für europa nun angepasst man will aber weiter in europa präsent sein als ihr seht da gibt es ein paar unsicherheiten ein paar ungewissheiten das führt dazu dass ich davon die finger lassen würde von so einem aura 07 wie seht ihr das denkt ihr das ist ein guter kauf im moment zu dem preis ich wie gesagt bin sehr sehr skeptisch was das auto und auch was die marke in europa angeht die erste mail der heutigen community corner die kommt von kevin und er ist sich auch darüber im klaren dass seine mail deutlich zu lang geworden ist deshalb muss ich ein bisschen kürzen der schreibt auf jeden fall hallo erhabener unermüdlicher kämpfer gegen fake news zur e-mobilität und erfolgloser bekehre der tichys intras milskys etc geht so ne gute anrede nach langem kampf haben wir am 28 dritten 2024 unser lord helmchen ein smart hashtag man pro in empfang genommen so dass mein model s endlich e gesellschaft bekommen hat der leasing vertrag für den vorgänger fiat 500 das war noch ein verbrenner meiner frau war bereits im oktober 2023 ausgelaufen so dass wir schon lange auf der suche nach einem günstigen leasing angebot für ein kleines e auto waren aber das passende lange nicht gefunden haben und dann war der smart hashtag wann auf jeden fall sehr willkommen ursprünglich sind der kevin und seine herz allerliebsten mit geld nicht zu bezahlen der bessere hälfte auch davon ausgegangen dass sie die 4500 euro umweltprämie noch bekommen da kam aber dann dieses weg achsten der umweltprämie durch die bundesregierung ihr wisst bescheid auf jeden fall schreibt da ab anfang januar hatte ich smart ald dann vor die wahl gestellt den vertrag bei vollständiger erstattung der bereits im november gezahlten 4500 euro fortzuführen oder den kauf und leasing vertrag zu stornieren wenn gleich er sich im klaren drüber war dass er keinen anspruch darauf hatte ich bin dann noch mal etwas lauter am telefon geworden und habe auch der ansprechpartnerin im autohaus mein leid geklagt aber dann zähne knirschen ein übergabetermin für den 28.03.2024 vereinbart er und seine holdes sollten also nur 3000 euro bekommen drei tage vor übergabe hat mich smart dann aber kontaktiert und mir mitgeteilt dass sie sich intern noch einmal verständigt haben und ich nun doch die 4500 euro erstattung erhalten soll noch warte ich darauf aber ich bin guter dinge also daumen drücken ich hoffe es ist gut ausgegangen für den kevin das auto fährt sich ziemlich gut wenngleich die rekuperation im vergleich zum tesla sehr unharmonisch wirkt und die app bzw zumindestens der handy schlüssel ist eine katastrophe man muss sich jedes mal neu verbinden auch die bedienung ist wenn man bisher nur tesla gewohnt war ziemlich umständlich aber insgesamt gerade für diesen preis wirklich ein gutes und empfehlenswertes fahrzeug also ihr seht hier ist jemand von tesla verwöhnt ich kann versichern dass die motorhaube frank ebenfalls aufgehen leider geht sie aber nur mit roher gewalt wieder zu deshalb habe ich auf ein öffnen verzichtet wer es glaubt jedenfalls schreibt da noch viele grüße und macht weiter so kevin viel zu lang da muss ich kürzen so sieht es aus hier haben wir dann aber das neue schätzchen vom kevin beziehungsweise seiner besseren hälfte ein smart hashtag one in einem was ist das mint grün ihr werdet es mir unter das video schreiben hier haben wir dann auch mal von der seite das sieht man sehr schön warum ich das auto lord helmchen nenne hier das aufgesetzte dach wirkt so ein bisschen auf mich von hinten ist dann eindeutig der einfluss von mercedes zu sehen also die leuchteinheit erinnert mich schon ein bisschen an mercedes benz dann hat er kevin noch hier dieses foto mit geöffneten klappen mitgeschickt also mindestens 90 prozent gehen auf das ist ja schon mal was daumen hoch dafür und lieber kevin ich kann euch nur zu diesem tollen elektroauto von herzen gratulieren und ich wünsche euch mit dem smart hashtag waren mit dem lord helmchen allzeit knitterfreie fahrt die nächste mail die kommt vom albert aus österreich und er hat lange auf sein elektroauto warten müssen jetzt ist es endlich da und ich darf es vorstellen der schreibt lieber herzog der güte des elektroantriebs es ist mir eine ehre die meldung der lieferung und zulassung meines elektromobils zu verkünden auf wienerisch strommichel odia die elektro kratzen ist doch kannst die kratzen endlich vorn ein hobbala hatte zu einem a38 passierschein moment geführt aus asterix und obelix wie das bekannt sein auf jeden fall hat er dann nach drei wochen die zulassung gehabt er hat nach förderung 25.500 euro bezahlt das ist natürlich gar nichts die farbe würden manche als grundierung bezeichnen der hersteller nennt es platinum gray ich kann nur sagen wunderschöne farbe was die öffnungsmöglichkeiten der türen fenster und klappen angeht ist der albert aufgrund des preises nicht ganz so anspruchsvoll er kann auf jeden fall sonnenstrom von seiner pv anlage laden die 9,2 kwp leistung hat liebe grüße aus wien vom albert der mir auch noch ein weitere schnitzel ausgeben will vielen dank dafür albert und dann schauen wir uns dein corando mal an hier haben wir zunächst erstmal die pv anlage da hat er auch ein bild mit geschickt da oben seht ihr die die ist frisch montiert glaube ich sogar dann hier mal so eine kurve in lila seht ihr den watt piloten da hat er also den corando geladen dann haben wir hier ein foto wo man das auch noch mal sehen kann er lädt also mit 3,8 kw der corando kann glaube ich nur einphasig laden wenn mich nicht alles täuscht also hält er sich auch an die schieflast verordnung die zumindest in deutschland gilt und hier haben wir dann auch endlich sein corando e in der wunderschönen grau metallik farbe ich weiß etwas sagt sieht doch gut aus und das ganze noch mal von vorne da seht ihr das emotion der ladeport ist wie beim e-tron am kotflügel ja ist sicherlich jetzt nicht der ganz modernste look ne ich glaube das auto wird schon ein bisschen länger so oder so ähnlich gebaut von sang jong aber ist ein absolutes schnäppchen und erfüllt die mobilitätserwartungen vom albert von mir gibt es einen daumen hoch dafür für diesen tollen schnapper und ich wünsche euch mit dem corando allzeit knitterfreie fahrt die letzte mail der heutigen community corner die kommt vom jürgen der schreibt hallo er haben noch vorderer des echten lade erlebnisses und verfechter der e-mobilität richtige anrede als erstes mit dem thema ladezirkus bin ich voll und ganz bei dir so kann es nicht weitergehen vielen dank für die unterstützung zum eigentlichen thema an bei einige fotos von unserem zweitwagen der eigentlich unser erst e auto ist war der twinko wird jetzt genau drei jahre und wird auch neben unserem cupra bond den du ja schon vorgestellt hast bei uns bleiben für die fahrten hier in der gegend das ideale auto wir haben die rückbank dauerhaft umgeklappt und dadurch einen großen ebenen laderaum einfach super leider hat er auf den fotos noch die winterräder drauf und nicht die viel schöneren sommerräder mit blütenstaub ist auch noch dekoriert gruß aus thüringen jürgen und hier hat er erst mal ein foto von den wunderschönen sommervölgen mitgeschickt damit das auch mal gesehen habt da ist das auto unter dem carport dach hier auch standesgemäß eine lademöglichkeit hat er auch schön verlegt ach guck mal da hinten ist auch noch ein zweiter typ zwei stecker also scheinbar kann man hier von zwei seiten ausladen sieht zumindest auf den ersten blick so aus ja wird so sein dann haben wir hier den twinko noch mal von der seite wie gesagt ist jetzt ein großer kombi in zwei sitze weil hinten alles umgelegt ist das auto noch mal von hinten mit blütenstaub ich bin mir nicht sicher ist das jetzt hier ich kann es nicht sagen leute weiß nicht wie das weil da hinten der anschuss sieht anders aus aber okay das werden wir nicht komplett auflösen ich finde übrigens die winterfelgen auch nicht schlecht das ist doch ein richtig schnuckeliges kleines auto ich beglückwünsche euch auch zu diesem flitzer neben dem cupra born und wünsche euch mit dem tollen auto allzeit knitterfreie fahrt und hier noch mal der aufruf an alle wenn ihr ein elektroauto fahrt was noch nicht in den breaking elektronus vorgestellt wurde schickt mir ein zwei zahlen nicht zu lange und ein paar fotos damit wir das hier entsprechend präsentieren können vielen dank dafür der heutige schnitzel der woche passt zum thema petition ladewoche ladetarif dschungel denn enbw hat ja jetzt auch neue tarife bekannt gegeben und man blickt gar nicht mehr durch was man wo bezahlen muss der dirk hat dann auch bei uns im discord geschrieben heute tritt die umlage der roamingkosten der enbw den kraft kurz roaming ist finanziell geschichte aral puls 79 cent eon 79 cent shell habe ich für 89 cent gesehen meine ac säule vor ort 69 cent das sind dann nur noch notfälle also von nun an zu unity tesla oder enbw stationen springen und gut planen gut planen ist super wichtig lieber dirk einfach irgendwo hinfahren das geht nicht weil dann kann es sein dass man total abgezockt wird auf der seite von enbw sieht man dann hier auch diese neuen tarife andere betreiber ab 59 cent bis maximal 89 cent und ihr müsst euch im klaren sein wenn ihr nur den ladetarif es ohne abo gebühren nehmt dann habt ihr keine fotos der enbw ladestandorte zur besseren orientierung zur verfügung das ist auch noch was was man im hinterkopf behalten muss und ihr seht wenn man 17 euro 99 im monat bezahlt dann zahlt man an enbw ladesäulen 39 cent je kilowattstunde ist also auch ja so eine art geiselnahme des elektroautofahrers das auf jeden fall nur an enbw ladesäulen lädt egal ob das zur rute passt oder nicht und als kleinen service hat der helmut mal zusammen geschrieben was das alles bedeutet angaben ohne gewehr wie gesagt ist hier vom helmut der schreibt hallo erhabender kämpfer im roaming dschungel richtige anrede seit mitternacht sind die neuen enbw roaming preise aktiv es wird sehr unübersichtlich hier eine auswahl alego hypercharger frankfurt kostet jetzt 79 cent enbw vorteilstarif aber ich nehme an das ist egal aral puls nahe schlangenbart kostet auch 79 cent kilowattstunde eon a5 79 cent je kilowattstunde eonity a5 74 cent je kilowattstunde plötzlich schon fast ein billiger anbieter fastnet a3 74 cent je kilowattstunde wirta fragezeichen hund zurück 89 cent je kilowattstunde aktueller rekord mehr simon 79 cent je kilowattstunde ewe groß simon 69 cent je kilowattstunde gestern noch hochpreisanbieter heute einer der billigsten mannickes ac säule in simon 59 cent je kilowattstunde jetzt ist ac also billiger als dc the new motion hössbach 74 cent je kilowattstunde compleo hössbach 89 cent je kilowattstunde falzwege hössbach 84 cent je kilowattstunde kaufland 50 kw la 59 cent je kilowattstunde aldi la 89 cent je kilowattstunde da kann man nur hoffen dass das ad hoc laden für 39 cent je kilowattstunde klappt das ist also wie gesagt 50 cent je kilowattstunde günstiger mit der ec-karte oder kreditkarte zu zahlen schon merkwürdig so wird evgo vom hochpreisanbieter zu einem der günstigsten auch eonity wird billiger bei enw aber viele andere deutlich teurer aldi kostet wie schon erwähnt 50 cent mehr als ad hoc laden viele grüße helmut helmut vielen dank für diese tolle übersicht der sehr durchsichtigen ladetarife im roaming von enbw und für mich ist dieser ganze zinnober dieser ganze zirkus diese ganze katastrophe diese bankrotterklärung für die deutsche und europäische ladeinfrastruktur auf jeden fall ja und an dieser stelle möchte ich mich wie immer bei allen zuschauern bedanken die mir mails geschrieben haben sei es zu elektroautos sei es zu anderen themen sei es zu erneuerbarer energie vielen dank für eure hilfe ohne euch wären die breaking elektro news nicht möglich ich kann leider nicht mehr auf jede mail antworten aber ansonsten soll es das für diese leicht rentlastige benn ausgabe gewesen sein wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst daumen hoch da und abo ist wohl obligatorisch und verpasst ihr das nächste video und 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 Bis zum nächsten Mal.